Verkehrsbetriebswirtschaft, Logistik und Personenverkehr. Zwei Studiengänge, die dafür sorgen, dass Güter oder Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Spannend an dem Thema Verkehr fände ich vor allem die Komplexität, wie schwierig es ist, das Ganze zu steuern und zu regeln, damit alles wirklich läuft. Und die wenigsten Menschen wissen, dass einfach ohne Logistik gar nichts läuft. Ich möchte mit dem Studium später eine Führungsposition in der Logistik erreichen. Da könnte ich es mir auch gut vorstellen, am Hafen zu arbeiten, der ja gerade auch als Schnittstelle fungiert. Ich denke, da gibt es sehr viele spannende Sachen zu erledigen und zu tun und das kann ich mir gut vorstellen. An meiner Tätigkeit gefällt mir, dass ich am Luftverkehrsgeschehen sehr nah dran bin. Die Marketingabteilung steht im direkten Kontakt mit den Airlines und mit anderen Flughäfen. Das heißt, man ist da direkt vor Ort und kriegt auch viel mit und das ist einfach richtig schön. Das Faszinierende ist für mich, dass man zum einen mit einer Branche zu tun hat, die sehr abwechslungsreich ist, die immer in Bewegung ist. Und zum anderen habe ich eben einfach mit einem Wirtschaftszweig zu tun, wo betriebswirtschaftliche Kenntnisse wie in jeder anderen Branche auch notwendig sind, und nur eben auf Personenverkehr bezogen. Das Studium hat mich gut auf meinen Beruf vorbereitet, weil hier jeden Tag andere Themengebiete auf dem Tisch liegen und die ganze Bandbreite wurde im Studium abgedeckt. Für mich war die Wahl des Studiums auf alle Fälle die richtige Wahl. Das merke ich allein, wenn ich jeden Tag in die Arbeit fahre, aber auch, wenn ich Zukunftsaussichten der Branche betrachte, denke ich, dass man mit dem Studium auf alle Fälle die richtige Wahl trifft. Bewirb dich jetzt und bring Bewegung in dein Leben. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR